Hi meine Lieben, und zwar findet am 27. April eine sehr, sehr wichtige Demo in Berlin statt. Wir wollen den Tierschutzkahlschlag durch den Berliner Senat stoppen. Die Tierschutzbeauftragte in Berlin muss unabhängig bleiben, sonst geht der Tierschutz den Bach runter. Seid dabei und unterstützt uns am 27. April am Roten Rathaus. Wir sehen uns.